Einen wunderschönen guten Tag, geht immer noch herzlich willkommen zurück zu GranTourismo 7, heute mit der Time Trial Challenge auf Brands Edge mit dem Genesis G70, ein Straßenfahrzeug und eine Tochterfirma von Hyundai, wobei ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich als Tochterunternehmen gilt oder nicht, ich, I don't know, auf jeden Fall, die sitzen in Offenbach, deswegen direkte Nachbarn, schöne Grüße und ich konnte auch Ende letzten Jahres ein paar Genesis Modelle fahren und das im Rahmen von der GranTourismo World Series Finals Geschichte, von dem Event und ja, waren auf jeden Fall interessante Autos, insbesondere das Interieurdesign war halt interessant, oh, wait a second, weil das sich über die letzten Modelle dann auch stark teilweise geändert hat. So, wir gucken jetzt mal der besten Runde zu und ich finde es interessant, dass es so viele saudische Piloten gibt, die da vorne mitmischen, aber halt auch irgendwie nur eine Time Trial. So, beim vorletzten Schild hat er da rechts gebremst, kommt sehr weit nach innen, ist im vierten, ich achte mal gleich darauf, wann er schaltet. Okay, unmittelbar vorm Schatten der Brücke bremst er, normalerweise sollte man sich Schatten nicht als Referenz rauspicken, für die Frage, wann man bremsen sollte, denn Schatten bewegen sich, sei denn, du bist in einem festen Time Trial Modus heute unterwegs. Okay. Da hat er beim letzten Schild gebremst, dritter Gang, wann schaltet er jetzt? Ja, bis so zwei Drittel, drei Viertel geht er da hoch, ne? Oh, das sieht sehr, sehr schön aus, wie der da durchkommt, hei, hei, hei. Jetzt nochmal genau auf den Bremspunkt achten. Zweites Schild, okay. Interessant auch, dass man immer wieder auch ein bisschen Gras mitnehmen kann da. Das war eng. Ei, ei, ei. Uuuuh. Alter. Ach, du Schreck. Okay, das ist alles ganz, ganz wild. Ei, 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 ei. So, hier schätze ich dann auch nochmal. Ich habe überlegt, er das letzte oder das vorletzte Schild, aber ich habe mir gedacht, das eine ist viel zu früh, das andere viel zu spät und so kam es auch. Ja, interessante Runde, also. Wir gucken mal, wie wir das umsetzen können und an der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, wenn ihr selbst euch die Rundenzeiten anschauen wollt, ihr seid dann hier in dieser globalen Rangliste richtig und da kommt ihr hin, wenn ihr hier auf Qualifying-Zeitrangliste schaut, nicht auf mit einem vorgegebenen Fahrzeug teilnehmen. Nehmen wir Bonds Silber, das dürfte sicher irgendwie ganz interessant sein. Die Farbe klingt auf jeden Fall auch nach schnellem Auto. So, was Bond immer fährt, ne. Alright, gucken wir mal, wie das jetzt ausschaut. Hat übrigens auch Allrad, heißt es, man sollte recht sorgenfrei auch Gas geben können. Okay. Hm, das ging gut. Ich glaube, eine 42.1 braucht man. Ja, das ist halt eine ziemliche Familienkutsche, ne. Das ist jetzt nicht das erste Modell, das ich von Genesis auf eine Rennstrecke mitnehmen würde. Äh, bei Genesis war auch das erste Mal, dass ich dann ein E-Auto gefahren bin. Das fand ich dann doch schon sehr cool. Mir fällt dann dieses ewige hin und her mit, hey. E-Autos sind toll, E-Autos sind Schrott. Wobei, ich habe nichts dagegen, wenn jemand einfach etwas toll findet. Ich habe einfach nur Probleme damit, wenn Leute einfach sagen, ja, das ist Schrott und ich werde jetzt schon wieder eine E-Auto-Diskussion in den Kommentaren angestoßen haben, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Okay, das wäre jetzt wild, wenn ich es beim First-Try schaffe. Tue ich aber nicht. Ah, ja, ich habe mir gedacht, ey, gerade eben, ich habe denselben Bremspunkt gewählt und das Auto kam so stark quer. Wahrscheinlich habe ich, das war zumindest beim Gedankenprozess, einfach zu viel gebremst und bin nicht sanft genug rangegangen. Und deswegen dachte ich, jo, das kriegen wir jetzt besser hin, aber das war zu wenig gebremst. Ey. Nein, 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 nein. Okay, der vierte Gang ist da viel zu low. Das war mein Gedankengang, als ich dann quasi fast schon im Begrenzer war im dritten vor dieser Linkskurve. Musst du mal die Kurvennamen lernen, aber das ist etwas, was ich für so gut wie keine Strecke weiß. Selbst bei Monaco komme ich immer durcheinander, was jetzt hier Schwimmbad ist und was Hafenschikane ist. Einfach nur, weil beides Wasser hat. Ich weiß, es ist doof, aber ich glaube, ich weiß es jetzt wieder. Da, wo der zweite Sektor quasi endet, das ist Schwimmbad und Hafen ist quasi direkt nach dem Tunnel. Ich wusste tatsächlich nicht mal, welche die Casino-Kurve ist, wie sich dann herausgestellt hat, als wir direkt vor Ort waren. Ich schalte wieder einen Ticken zu spät. Okay, jetzt. Fokus. Schön weit innen gehalten. Okay, das ist bis jetzt eine Runde, die mir ganz gut zusagt. Man kann einzig die TK umstellen, das bringt mir nicht so viel beim Anbremsen. Ja, das könnte jetzt aber eine sehr gute Runde werden, ne? Knapp. Das könnte ein Cut sein, schade. Ähm. Ich habe gar kein klares Ziel ausgerufen. Ich glaube, eine 42-1 braucht man für Gold. Ich merke gerade, dass ich mir die Gänge vielleicht nicht so gut gemerkt habe. Ja. Also im Gold-Bereich. Ich habe meine, wie das eine Kreuz hat. Hm. Bisschen später da mal in die Eisen gegangen. Bisschen mehr Speed durchgenommen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich sag mal so mit 41 5 oder so wäre ich recht happy. Irgendein 40 im mittleren Bereich. Aber erstmal müssen wir natürlich in den 41er Bereich kommen. Also eine 6 oder so wäre jetzt auch voll in Ordnung. Aber sagen wir mal 41 und dann muss nach dem Komma die erste Stelle eine 5 sein. Das ist ja glaube ich ein schönes Ziel, oder? Gucken wir mal. Oh no! Ärgerlich. Ich wollte gerade so ein kleines Service-Announcement machen, dass ich am Samstag gegen Mittag in München bin. Dass man sich da eventuell auch sehen könnte. Aber mir fällt jetzt gerade ein, dass ich dieses Video ja Samstag Mittag hochladen werde. Das heißt, es bringt einem da relativ wenig. Wenn ich jetzt sag, ja Lass mal treffen oder so. Oder hey, man könnte sich treffen. Ach! Wo der Zeitraum schon vorbei ist. Steven Hawking hat mal was ähnliches gemacht. Allerdings wohl wissentlich, was er tut. Im Gegensatz zu mir. Um zu widerlegen, dass es Zeitreisende gibt. Oder dass es in Zukunft Zeitreisen geben wird. Zumindest zu unseren Lebzeiten. Und zwar hat er Menschen eine Geburtstagseinladung geschickt. Allerdings erst, nachdem er Geburtstag hatte. Also wenn ich sowas gemacht hätte, würde es heißen, ja Dave, du bist doch wieder vergesslich. Du bist doch lost. Aber bei Steven Hawking ist es Steven Hawking ist es wieder Genialität, ne? Jaja. Oder war. So. Wieder eine Verbesserung. Und damit steht die 1 vor dem Komma. Wie gesagt, jetzt brauchen wir etwas zwischen 0 und 5. Nach dem Komma. Boah, ey. Ich glaube, wenn du da innen auf den Curb kommst, hast du deine Linie nochmal einen Ticken mehr optimiert. Ich weiß nicht, ob die Hotlab da innen auf den Curb gefahren ist oder nicht. Die Hotlab von dem Dude, den wir gerade zugeschaut haben. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl bis zu da innen auf dem Curb ist es deutlich angenehmer, diese Kurve zu erwischen. Ich rede jetzt nicht von dieser Kurve, sondern von dieser hier. Ich verstehe aber auch nicht, warum man nicht den Downshift in den Zweiten auch mitnimmt. Also die beste Runde. Hat die das gemacht oder nicht? Ich weiß gerade nicht. Oha. Niste Runde bisher. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, das sieht schon mal gut aus. Oh. Boah, Junge. Wie kann man eine Runde nur so hart versieben, ey? Alter. Aber Brent Sedge eignet sich auch ganz gut. Dazu, weil Brent Sedge ist, wie ich finde, deutlich anspruchsvoller, als man so denken mag. Gibt halt viele sehr schnelle Kurven, ne? Und da kannst du es sehr leicht wegwerfen. Gerade mit so einem Fahrzeug, was jetzt nicht unbedingt ein Leichtgewicht ist, wie ein GT3-Auto und nicht die selber Aero hat und so. Da kann schnell nur sowas schief gehen. Sehr schön. Immerhin besser. Wenn auch nicht optimal. Mal. Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war auch gut Ich frage mich, ob ich in der letzten Kurve überhaupt noch in den dritten gehen muss oder nicht Aber man hat halt schon ein ganz gutes Ganz guten Pumps hier aus der Kurve raus Sollen wir doch einen Versuch wagen und unter die 41,5 kommen? Das ist geil Das Ding mit dem vierten Gang hier Du bist halt relativ schnell im Drehzahlbegrenzter, wenn du da im dritten bist Ey, ich weiß nicht warum, aber ich mag es bei dem Wort relativ Das Re sehr lang zu betonen Man ist relativ schnell Oha Ja, hier dauert es einen Moment, bis man ein Stück auf Tourne ist Wobei, das geht voll Wait a second Ich kann ja mit dem Untertouriger fahren, als ich dachte Sehr gut Nice Etwa zwei Zehntel Die Kurve war gerade nicht optimal Deswegen habe ich mir gedacht Ey, da geht zeitlich noch ein bisschen was Und da geht es zeitlich anscheinend noch um eine Menge Boah Alter Oh mein Gott 41,1 Das sind nicht mal zwei Sekunden, oder? Zur Spitze Wir haben noch nicht mal das Daily Training abgeschlossen Das ist tatsächlich weniger als zwei Prozent Geil Alter Also jetzt mal Hand aufs Herz Ich habe ja am Anfang gesagt So, ja, Familienkutsche Der wiegt 1,8 Tonnen hier Und, und, und Ich glaube, das liegt mir eher nicht so gut Wie ein Auto mit schöner Aero Mit Leichtgewicht und so weiter und so fort Anscheinend kenne ich mich mit viel Gewicht besser aus Oder mit mehr Gewicht besser aus, als mit weniger Gewicht Guckt mich bitte nicht so an Das war bewusst zweideutig Oh Mann So, mal ganz kurz geschaut Und, nope Mein Wunschauto gibt es hier nicht Und, ähm Ja, komm Wir gehen dann mit irgendeinem Auto nochmal irgendwo rein Wollen wir Brands Hatch nehmen oder so? Ich habe keine Ahnung Ich muss eigentlich auch gar nicht zur Autoauswahl gehen Fällt mir gerade ein Kannst du ja, dass die Ladezeiten einen Ticken länger geworden sind irgendwann Hm Ja Was ich euch auf jeden Fall auch nahelegen kann Checkt gerne auch mal, ähm Beim letzten Video Anni, warte Das ist Goodwood Aha Da haben wir was Sunday Cup 500 Let's go Irgendwas zum Entspannen Nämlich Den 512BB Let's go Ähm Ja, äh Was ich euch nahelegen kann Checkt auf jeden Fall Das letzte Video aus Da sind wir mit den Äh Le Mans Fahrzeugen gefahren Von Mit dem Le Mans Fahrzeug Von Toyota Ähm Und zwar Das olympische Event Ja so ein 512BB Ist halt Crazy Was seine Wert Stabilität angeht Der kostet nach wie vor eine halbe Mio Ich habe ja so ein bisschen die Preise im Kopf Äh Weil ich Da immer wieder mal geschaut habe Was auf jeden Fall Richtig, richtig heftig ist Ist, dass der Ferrari 512M Den ich früher eigentlich sogar schöner fand Als den Standard 512 Testarossa Mittlerweile nicht mehr Alles gut Ähm Dass ich den Dass der Ferrari 512M Ultimativ teuer ist Ähm Nicht weil er schön ist Oder sonst was Also ich glaube dass Man den jetzt nicht so Dramatisch äh Ästhetisch findet Aber Das Fahrzeug Ist halt quasi Das letzte Auto in dieser 512 Ähm Reihe gewesen Und Ich weiß gar nicht ob der 512BB Und der 512 Testarossa Ob die tatsächlich So quasi zur selben Baureihe dann noch zählen Oder ob sich nicht dann noch einiges verändert hat 4 5 8 und 4 8 8 Haben sich ja auch nochmal verändert Die Fahrzeuge Aber So oder so Sie haben beide 5 Schlitter V12 Und der 512M Um auf den nochmal zurück zu kommen Das war halt der letzte der Baureihe Und der wurde Sehr selten gebaut Relativ selten Da habe ich das eh jetzt wieder lang gezogen Ähm Und tatsächlich Uiuiuiuiuiui Und tatsächlich ist durch eben Diese Seltenheit Ich glaube 101 Fahrzeuge von dem Gibt es insgesamt nur Kann auch sein Ich mich gerade Komplett mit den Zahlen Verschätze aber Dadurch ist das Fahrzeug Tatsächlich zu einem Ferrari Testarossa Gegriffen habe Gut das heißt ich ärgere mich sehr Das ist Äh So richtig ärgern tue ich mich nicht Aber Damals habe ich mich gewundert Boah der Testarossa Den gibt es ja für gute 100.000 Euro Und Wisst ihr was die jetzt kosten 200 plus Warto Das heißt Die wurden alle verkauft Dann vor einem Jahr Der Preis hat sich einfach verdoppelt Was aber mit dem Ferrari 512 War auch noch nicht so Safe zu Gold Wie ich es jetzt erwartet hätte To be honest Bin aber auch sehr untertorig gefahren Nooo Alter Okay Ärgerlich 27.000 Sekunden Ja Aber Manchmal muss man halt Glück mit Timing haben Wenn man sich so ein Auto holt Aber Ganz ehrlich Ich wäre da total blauäugig In den Testarossa Kauf reingegangen Und man hätte nicht gewusst Was man mit diesem Auto machen soll Ja Wo stellst du die Kiste allein schon ab? Vor die Haustür? Naja Sollte man vielleicht nicht unwirklich machen Aber was wir machen sollten Ist Das Roulette Ticket zu öffnen So Gucken wir mal Was erwartet uns hier Schönes Schmuckes In diesem Roulette Ticket Ja Ich wollte gerade sagen Außer auf den Kleinsten Geldbetrag Und auf das Tuningteil Hätte ich auf alles Bock Das wäre okay Ja Das sind 10.000 Credits Stocken so ein bisschen Das Portemonnaie auf Ja das ist so ein bisschen Wie wenn man Eine Dividende bekommt Keine Ahnung Wenn du 5 Millionen Irgendwo reininvestiert hast Und so Ja Irgendwie 5.000 Die 10.000 Euro Dividende Ist schon entspannt Werte Damen und Herren Ich hoffe ihr habt viel Spaß Bei dieser Episode Gran Turismo 7 Wenn dem so ist Lasst gerne ab nach oben Da gerne abo raus Und beim nächsten Mal Wieder dabei sein Bis demnächst Und Tschüssi Bis demnächst 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 Bis demnächst